So, Holzmichl voran. Sein Parcours. Richtig schön gesteckt. Traumgegend. Ein Holzmichl, Spezial-Redman. Richtig geil aus. Den hat er selber gebaut. Stimmt, oder? Ja, den habe ich selber gebaut. Mit Makassar-Furnier. Ja, mega. Wirklich mega. Heute ist das Beer-Bot-Challenge. Und Pong-Sport-Extrem-Pickerl. Sehr cool. Ja, die Burschen sind die gleichen Spinner wie ich. Das passt gut. Ja, lieben groß, ein Brugger. Ohne Brüllen, der Holzmichl. Chef persönlich, das erste Ziel, Wildkatte. Ja, die kann auch. Der nächste Herd ist die selbe Dame. Du kennst dich schon auswendig, die Ziele, oder? Hehehe. Also ich glaube, es sind einige auf dem Parcours wie du. Glaubst du? Nein. Heuer, die dritte Runde. Ich bin heuer die erste Runde erst. Ja, genau. So herum. Das waren im Winter. Ui, etwas hoch. Hat sich gut angehört? Ja. Ja. Jetzt kommen die kurzen Bögen. Kaiower von Andreas. Trauer Felser. Richtig schöner Bögen. Jetzt sind so viele Leute, dann brauche ich gar nicht schießen. Das ist ja optimal. Tauer. Und die Monika mit dem Custom Kaiower, das der Holzmichl gemacht hat. Und Linkshandschützin. Das gefreut mich. Ich bin links und schütze. Super. Super. Der Kühl. Ja, der Bauer wird nicht. Nein, ich tue nichts. Jetzt habe ich schon gesehen, dass hier das Bauer so klingt. Ja, genau. Die alten Breitbüren. Wo ist das? Der Bauer ist so scheinlich. Der weiß es. Ja, herrlich. So kühl. Da war er. Der Autopilot schäpert. Das macht nichts. So, wir schießen auf einen springenden Fuchs. Zumindest der Michi macht das. Wir probieren du das. Bauer. Ja. Zum Custom Redman. Ja. Den kann er. Ja, Harry. Jetzt schauen wir. Vorgeleg hat er. Vorgeleg hat er. Der Volt ist heute richtig fesch. Das Licht. Ein Traum. Ja, die Richtung war top. Ein bisschen höher. Ja. Jetzt kommen die schönen Kaufer. Also Andreas ist da. Andreas ist da. Andreas ist da. Ja. Ja, schaut drauf. Ja. Das geht ein bisschen raus. Sonst magst du es tun. Ja. Super. Ja, schön. Perfekt. Ja, Harry, nicht. Du musst runter. Okay. Du musst runter. Genau. Genau. Jetzt muss ich mal treffen. Das andere. Mein ist tief. Mal ist links. Das passt genau. Oh, ein zu hoch. Aber oben ist er. drauf ist er. Das passt. Dann werden wir Bären schießen. Natürlich. Brav ist er. Am schlecht. Genau. Genau. Über mir ist er drunken. Ja. Den kann ich. Zumindest ich weiß, wo er ist. Vielleicht ein Kiel. Vielleicht ein Kiel. Sie tasten sich auf, wie langsam. Ähm, ich schätze. Ich schätze. Das sind ca. 20 Meter. Oh ja. Super. Ich habe es komplett angeschaut. Das habe ich komplett angeschaut. Jawohl. Perfekt ausgebessert. Das weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich es falsch. Das Kiel ist nämlich ein bisschen, das ist mehr heroben. Das ist nicht auf der Schuhe. Das ist mehr mittig, nämlich höher. Eh Wurscht. Macht es dir Spaß? Ja, ich auch. Ja, passt dir alles. Ah. Ja. Ja, Paul, du kannst in die Geschichte eingehen. Ja, Paul, du kannst in die Geschichte eingehen. Das war eigentlich nur ein Oberheure. Ja. Obermein. Die Mone. Genau. Oberhalb ist der 20er. Bei der Mone muss der Oberhalb gehen. Genau. Das passt genau. Bei der Mone Oberhalb. Was darf ich auch sagen? Ja, Ober der Mone. Genau. Das ist ein Kassel. Das ist ein Kasselfreund. Bist ein bisschen deppert. Wie du gesagt hast, die muss ich auch sich schneiden. Ober der Mone, sage ich. Das war leicht zu hoch. Ja. Dein Ausweisert. Cut. 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 So, ein wunderschöner Darmhirsch. Auffang unter der Mechi. Und damit der Darmhirsch nicht den Wulf rießt, dann schießen wir den Darmhirsch. Bei uns das ist alles ein bisschen launen. Jawohl. Der Bauch reicht mir. Oh, man hat irgendeiner schießen. Danke. Jawohl. Kill. Sauer. Das gehört er hin. Da kann man schon mal ventieren. Und das mit links. Ja, das ist zusätzlich. Hey, du. Und gestanden? Aua, um. Ja. So, achten habe ich. Geiler wäre halt gerade gar nicht von der Stimmung. Ja, na. Perfekt. Jawohl. Das sind volle Treffen. Bis auf meine Weinigkeit wahrscheinlich. Ja. Oh, zu hoch. Aber drauf ist er. Jawohl. Da oben sind die lässigen Ameisen. Mit dem Ameisenhaufen. Anfangen tut er Harry. Richtig cool. Ja. Meine Höhe. Leider. Die hat es noch ein bisschen. Im Backstocker. Ja, im Baum. Aha. Ist ja auch ein Backstopper. Das ist ein Ameisenhaufen. Ja. Jetzt habe ich mir wieder nicht traut. Wo ich wieder reingehe. Jetzt muss der am Hauch etwas jetzt ein bisschen verhinterwürfen. Das muss ich mir noch heutzutage. Bei den Kurzen, bei den zwei einlernen. Ja, genau. Super. Jawohl. Perfekt. Er passt. Er passt. Super. Ein leichter Schuss. Mit Liebe gestellt. Wie sagen Sie, mein Bogenschießen ist leichter. Jetzt Fußballhaus. Richtig. Ja. Ich gehe nur aus dem Baum um und um. Ja. Also Robin auf Main, da bist du gut dabei. Paul. Das war schön, ja. Die Ameisen, die kann ich. Die mögen mich nicht so. Ich gehe Backstopp noch. Ja, Backstopp. Wenn ich ihn habe, ist es da das Hachserl. Das Hachserl habe ich gerade noch. Ja. Ja. Die Richtung passt. Ich muss nur. Genau. Das mögst du nur nach oben. Michael, seinen Nacken kannst du wieder abschießen. Sehr gut. Der Park. Jetzt hast du den Fall gehabt, wo es die Spitze verborgen ist. Echt? Ja. Okay. Der hat geholfen. Die haben mich gesagt, wir fahren irgendwas um. Die Achsenfamilie. Wir gehen auf den Vorderen, auf den Springenden. Der ist zückisch. Der ist aufgesprungen. Der ist zückisch. Der ist aufgesprungen. Super, wir wollen. Jawoll. Perfekt ausbessert. Perfekt ausbessert. Verbrauch. Der ist aufgesprungen. Ein bisschen, ja, gerne. Custom Redman ein bisschen promoten. Und dann ist Harald mit Custom Redman. 95. Und Kiel. Bist du sicher? Ich glaube, das andere Raum könnten es noch sein. Sagen wir dir mal so. Die vordere Kamera will es jetzt sein. Da bist du wie ein Kädel. Puls hoch. Glaub ich. Wer ist denn der Rundere da? Der Bars, ja. Der Andreas. 60 Pfund, Casting-Weltmann. In Horst-Geschossen, souverän. Ach, steil so, dass mein Check ist. Entschuldigung, das hab ich nicht gesagt. Mach dir was, der rache. Perfekt. Monika liefert von der Kamera immer top ab. Keine Fehlschüsse. Für das bin ich wieder zuständig. Jawohl, den anderen brauchen wir. Das Kädel ist der Paul zuständig. Ja, ich schätze. Andi müssen da schon ein Kädel haben, gell? Andi seien ja schon gut aus, ja. Da kann ich perfekt einlaufen, Ja, leicht, ja. Da geht's schon höher, ja. Jawohl. Ein Klick gehabt. Machstig. Custom Kiowa von der Monika. Ja. Zweite Kiowa von Andreas. Da sind auch richtig coole Bögen. Mir gefallen die Kiowa von der Form eh sinig. Jetzt sind wir gerade am Pausenplatz. So, Haris, ein Schmuckstück. Schießt richtig gut damit. Bei der Riesenfreiheit ist das Wichtigste. Mein Standort. Hallo. Bin ja noch happy. Michl selber gebaut hat. Richtig cool. Sehr schön. Jo. Jawoll. Ja, Insekter ist da oben. Wir knöpfen uns den Braunern vor. Wir knöpfen uns den Braunern vor. Nachher Erinnerung. Therapiebesprechung. Jawoll. Auf nach links. Oben ist er. Ja. Ja, aber... Da darf ich vielleicht gerne auszuschauen. Schau mal. Der Chef zeigt uns, wo der hingehört. Ja, dort hab ich ja hingeschaut. Ja. Sauber. Jawoll, die Monika liefert ab. So. Mit umreißen. Jawoll. Sauber. Danke. Ich muss wieder in die Umgebung filmen. Dort hinten, was seht ihr, das ist ein Skarverl. Da kann man super wandern. So. So geht's schon. Schaut euch das schöne Ziel an, den Steinbock. Ein bisschen zu tief. Andreas war so schnell, das habe ich leider nicht auf Kamera, aber der war auch kein Center. Der ist richtig frisch. Jawoll. Jawoll. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Ja. Es krummelt, ich hoffe, wir schaffen es vom Gewetter. Da seht ihr, das ist halt der von der Alm. Na bitte. Schuss und Treffer. Ja, ja. Wahrscheinlich sind wir da weit weg. Na, ich weiß, du weißt nicht, das ist normalerweise immer viel da. Ja. Da kann man so drehen. Hoch genug. Hoch genug. Ja. Ja. Haben alle abgeliefert. Im Vorbild liegen wir den Andreas setzen. Klar. Habe ich auch probiert. Der ist weg wirklich wunderschön. Ja. Der hat schon dreißig. 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 Da steht hübsch da der Bursche. Jawoll. Gratuliere. Sauber. Den habe ich genommen. Ja. 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 So. Da sind wir beim BSC Holzmichl. Ein Schießplatz. So. Jetzt sind wir ganz mal anders. Wir sind in den Regen reingekommen. Weil wir ein Bild gerödelt haben und eine Murz Gaudi gehabt haben. Beim Alten Almhaus. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, super. Hat mich Spaß gemacht. Eine Stunde ist uns angegangen. Ja. Danke, Harry, dass ihr uns den Bogen zeigt. Ja, bitte. Hat mich freut auch. Und jetzt habt ihr auch die anderen schönen Bögen gesehen. Und ich habe heute auch die Ehre gehabt, dass ich einen Shrewbow-Test. Man hat sogar einen Linkshänder-Shrewbow-Dog gehabt. Der Shrewbow-Sausen, nicht? Der Shrewbow-Sausen, ja. Der Shrewbow-Sausen, ja. Und falls ihr Fragen habt zu den Bögen oder irgendeine Spezialwünsche, eben wie Shrewbow oder Custom Redman, der Michl ist glaube ich eine gute Adresse. Den könnt ihr fragen. Ich werde auch adressen und alles einblenden, was mir so einfällt. Sehr schön. Und ich will mich einfach bedanken, dass ihr heute den schönen Tag. Sehr cool, Paula. Und ich habe Spaß gemacht. Ja. Harry. Danke nochmal. Sehr cool. Und viel Spaß beim Schießen. Abonnieren nicht vergessen. 101% Spaß und dann ist es wurscht, ob es rennt. So ist es ja. Wenn du es erwischt, erwischt und sonst haben wir da gerade. Wir haben trödelt und da Spaß gehabt. Passt. Haut rein, Leute. Habt Spaß. Super, danke. Ciao.